Freunde, wenn die echte Schwester eines Jungen im Badezimmer seines Hauses badet, beobachtet ihn seine eigene echte Schwester heimlich. Aufgrund des Alters war oft ein Teil des Holzes geschmolzen, weshalb der Junge das Mädchen abkratzte und ein Loch daraus bohrte und durch dieses Loch hindurch jeden Tag seiner eigenen Schwester beim Baden zusah. Es vergingen zwei Monate, ohne dass all dies geschah, und die Schwester hatte keine Ahnung davon. Dass sein eigener bestrafter Bruder ihn heimlich ansieht, der Name des Mädchens war Absana und der Name des Mädchens war Jehan. Absana war wirklich eine Augenweide, sie hatte diesen zierlichen Hasina-Typ, der einfach bezaubernd war. Ihre Figur war wirklich bemerkenswert, so gut, dass sie definitiv die Blicke auf sich zog. Ihr Bruder jedoch, der sie heimlich beim Baden in ihrer nackten Kleidung beobachtete, machte sich deswegen noch mehr Sorgen um sie und wurde immer unruhiger. Diese Situation bereitete ihm große Unruhe, da er sehr um sie besorgt war. Jehan hatte begonnen, in seinem Kopf Pläne zu schmieden. Wenn sie es einmal schaffen, eine Beziehung zu ihrer Schwester aufzubauen, werden sie großen Seelenfrieden finden. Aber sie war seiner Verwandtschaft nach seine echte Schwester. Daher konnte er auf diese Weise nicht direkt mit ihr sprechen. Sie hatte Angst, dass, wenn ich meiner Schwester etwas erzählte, sie wütend auf mich werden oder es Mama-Papa sagen könnte, wodurch mein Respekt verloren ginge und Mama-Papa mich ausschimpfen und dann wegziehen würde denkst du an mich? Jetzt begann Jehan mit der Planung und er machte einen solchen Plan, dass sie alle überrascht sein werden, dass ein Bruder auch mit seiner Schwester einen solchen Vorfall begehen kann. Durch einen solchen Plan kann man seiner Schwester eine Falle stellen und eine Beziehung zu ihr aufbauen. Sie werden gezwungen sein, selbst darüber nachzudenken, was für Menschen auf dieser Welt leben, die sich nicht um ihre eigene Schwester kümmern, und die Schwester gibt ihnen auch eine Chance. Hallo Freunde, willkommen zu unserer weiteren spannenden Geschichte. Ich hoffe, dass euch diese Geschichte sehr gefällt. Bitte liken Sie unsere Videos, wenn sie Ihnen gefallen. Das motiviert uns. Jehan beobachtete jeden Tag heimlich seine ältere Schwester Absara. Er wusste nicht, wer Absara war. Jetzt arbeitete Jehan an diesem Plan. Der Webplan sah vor, dass Jehan auf seinem Telefon einen gefälschten Ausweis auf den Namen eines Mädchens erstellte, das Foto des Mädchens darauf platzierte und nach der Erstellung des Ausweises eine Freundschaftsanfrage an seine Schwester schickte. Jetzt sah Sarah eine Freundschaftsanfrage auf ihrem Telefon. Sie dachte, wenn das Mädchen darum bittet, dann akzeptiert sie es. Sobald die Anfrage angenommen wurde, würde Jehans Arbeit noch einfacher werden. Als Jehan hier an diesem Strand die Anfrage abgeschickt hatte, war er damit beschäftigt, seiner Schwester näher zu kommen. Er ging hin und setzte sich neben sie, machte sich über sie lustig und wenn sie irgendwo saß, versuchte er absichtlich sein Bestes, nahe bei ihr zu sitzen. Es gab viele Veränderungen in seinem Verhalten. Absana schaute sich das auch an, weil Jehan anfing, sich über sie lustig zu machen. Ich ging immer hin und setzte mich neben ihn. Er blieb so sehr hängen, dass es sogar Absana genauso ging. Dass sein Bruder vielleicht etwas anderes von ihm will. Eines Tages sagte Jehan zu Absana, Baji, hast du keinen Freund? Absana begann zu sagen, nein, ich habe keinen Freund und das alles interessiert mich nicht. Ich bin nicht dieser Art von Mädchen. Ich habe kein Interesse an einer solchen Arbeit. Jehan war in Tränen aufgelöst. Ich begann zu denken, dass ihre inneren Wünsche erwachen müssen, da sie keinen Freund hat. Dennoch begann er zu bemerken, dass er ein unbekanntes Kind war, und sagte, wenn es jemanden gibt, sagen sie es mir bitte. Ich werde nichts sagen. Sie können mich als ihren besten Freund betrachten. Wenn sie ihr bester Freund sind, können sie es mir jetzt sagen. Mal sagt das nicht. Verstehe, dass ich dein Bruder bin, du betrachtest mich als deinen Freund, jetzt fing Sana an, nein zu sagen, ich habe keinen Freund und ich bin nicht so. Ich habe noch nie etwas getan und ich werde auch niemals etwas tun. Er konzentrierte sich intensiv auf seine Planung und begann dann, Absana den Ausweis des Mädchens zu übermitteln. Als schließlich die Nachricht des Mädchens von hier kam, antwortete Absana ebenfalls mit einem Hallo, aber Absana wusste nicht, dass er ihr eigener Bruder war. Er redet mit ihr und gibt vor, ein Mädchen zu sein, und was wird in Zukunft mit ihm passieren? Während er mit Absana in Gestalt eines Mädchens spricht, fragt Jehan, hast du einen Freund? Und haben sie jemals eine Beziehung mit jemandem aufgenommen? Absana weigert sich und sagt, dass mich das alles nicht interessiert. Manchmal kommt von dort eine Nachricht und er gibt vor, ein Mädchen zu sein und sagt, dass du einen Freund finden solltest. Sie sollten versuchen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Das wird dir ein sehr gutes Gefühl geben und auch viel Freude bereiten und ihm schmutzige Dinge in den Sinn bringen, Sinha sagte, dass ich es sehr genieße, mit meinem Bruder zusammen zu sein. Wann immer ich Lust dazu habe, rufe ich meinen Bruder an und wir beide, Bruder und Schwester, bauen gemeinsam eine Beziehung zueinander auf, als Absana das hörte, fragte sie, machst du all das wirklich mit deinem Bruder zusammen? Daher kam die Antwort, ja, ich genieße es nur mit meinem Bruder. Ich vertraue keinem Jungen, der ausgegangen ist. Wer weiß, wann sich jemand als Betrüger entpuppt? Deshalb habe ich meinen Bruder zu meinem Freund gemacht und es macht mir viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Wann immer wir Brüder und Schwestern Lust dazu haben, genießen wir die Gesellschaft des Anderen und genießen auf diese Weise unser Leben. Es heißt, Freunde, wenn man jemanden findet, der bereit ist, es anzubieten, oder jemanden wie ihn trifft, kommen der Person die einen oder anderen Gedanken in den Sinn. Jetzt kamen auch Afghaner solche Gedanken in den Sinn. Sie begann auch zu denken, wenn dieses Mädchen das alles mit ihrem Bruder machen kann, warum sollte ich dann nicht auch versuchen, eine solche Beziehung mit meinem Bruder zu haben, aber sie hatte nicht den Mut, dies ihrem Bruder zu sagen, deshalb jetzt ist es Sana. Sie hatte begonnen, sich gegenüber ihrem Bruder anders zu verhalten, und als er sein verändertes Verhalten sah, war auch Jehan traurig. Wahr. Er hatte verstanden, dass das, was ich gesagt hatte, ihn berührt hatte. Jetzt kam auch Sana nach Jehan und redete mit ihm und redete mit ihm über gute Dinge. Begann scherzhaft zu lachen. So sehr, dass die beiden anfingen, intensiv miteinander zu reden. Nun war auch in der Armee viel los. Auf der anderen Seite war in Jehans Kopf alles bereits genaues geplant. Eines Tages legte ab Sana plötzlich Kleidung zum Trocknen auf die Terrasse und als sie die Terrasse erreichte, zog sie alle Kleidungsstücke aus, aber ein Tuch blieb am Seil hängen. Sana versuchte es sehr, aber es gelang ihm nicht, das Tuch zu entfernen. Also nannte er seinen Bruder Jehan. Jehan erreichte schnell die Terrasse und nun begann Sahan zu ihm zu sagen, dass die Kleidung am Draht feststecke, bitte nimm sie heraus. Jehan begann zu sagen, ich nehme dich auf meinen Schoß und du nimmst sie heraus. Jehan erkannte die Gelegenheit und hob schnell seine Schwester hoch, und dann nahm ab Sana das Tuch vom Draht. Nun waren beide Brüder und Schwestern ganz nah beieinander, dann begann Jehan, ab Sana hier und da zu berühren und mit ihr zu spielen. Auch ab Sana hatte nichts dagegen und unterstützte ihn und das alles geschah auf dem Dach des Strandes und im Regen zwischen den beiden Brüdern und Schwestern. Was nicht hätte passieren dürfen. Freunde, als dieses schmutzige Spiel zwischen diesen beiden Brüdern und Schwestern begann, wo sollte dieses Spiel aufhören? Jetzt hatten diese beiden Brüder und Schwestern immer Spaß miteinander, wann immer sie die Gelegenheit dazu hatten. Vater ging zur Arbeit und Mutter blieb im anderen Zimmer, und in dem anderen Zimmer spielten diese beiden Brüder und Schwestern schmutzige Spiele. Vier Monate vergingen mit all dem, und nach vier Monaten erfuhr ab Sana, dass sie schwanger war und das Kind ihres Bruders in ihrem Mutterleib heranwuchs. Als er das hört, ruscht Jehan der Boden unter den Füßen weg und er bekommt Angst. Er hat das Gefühl, dass er viel ausgeschimpft und geschlagen wird, wenn seine Eltern davon erfahren, es wird eine Menge Schande passieren. Jeder wird sagen, dass du das alles nur mit deiner Schwester machen musstest. Dann machten Jehan und Absana gemeinsam einen Plan. Welches Kind wird abgetrieben? Nun erreichten beide am nächsten Tag als Ehemann und Ehefrau ein Krankenhaus. Doch das Krankenhauspersonal weigerte sich rundweg, eine Abtreibung vorzunehmen. Der Arzt hat klar bestritten, dass wir diese Art der Abtreibung nicht durchführen. Nun standen diese beiden Menschen unter großer Spannung. Für diese beiden Brüder und Schwestern war ihr eigenes Leben schlimmer als der Tod. Hier erstickte Jehan innerlich. Er hatte das Gefühl, dass, wenn diese Sache plötzlich durchsickerte, sein Respekt in der Gesellschaft beeinträchtigt würde und er diesen Respekt mit allen Mitteln wahren musste. Nun probierten diese Leute nacheinander viele Orte aus, er versuchte es wirklich, soweit er Kontakte hatte. Doch egal, wo diese Leute waren, jedes Krankenhaus sagte, man solle jemand anderen anrufen und einen Senior oder einen Ältesten aus seinem Haus mitbringen. Die Tage vergingen, und Jehans Anspannung nahm immer mehr zu. Jehan war innerlich sehr verärgert und wurde auch zunehmend wütend. Schließlich machte Jehan einen Plan und sagte zu seiner Schwester, dass sie am nächsten Tag mit ihm an einen neuen Ort gehen würde. Dort würde er so tun, als wäre er eifersüchtig auf sie, um die Situation zu ändern. Auch ihre Abtreibung wird dort stattfinden und wir werden dieses Problem problemlos beseitigen. Am nächsten Tag verließ Sala das Haus und sagte, geh aufs College, und nach einiger Zeit verließ auch Jehan das Haus und sagte, geh aufs College. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, trafen sich die beiden Brüder und Schwestern. Jehan ließ Absara auf dem Motorrad sitzen und begann, sie in Richtung Wald zu bringen. Als er in Richtung Wald ging, begann Afsan ihn zu fragen, ob dieser Weg in Richtung Wald führte. Wohin gehen wir? Dann begann die Meditation mit den Worten, mach dir keine Sorgen. Dieses Krankenhaus ist etwas klein und nachdem wir diesen Wald durchquert haben, wird vor uns ein Krankenhaus sein, nur dort werde ich dir Essen besorgen und dort wird die Wurzel all unserer Probleme enden. Nun saß auch Sana gemütlich auf dem Fahrrad, als die Leute den Waldstrand erreichen und das Auto an einer Ruine stoppt. Er sagt zu Asana, kommen sie hierher, Dr. Sahib wird bald hierher kommen. Hier werden sie uns weiterbringen. Laxti und Jehan sitzen dort. Dann sagte er ihr, dass jetzt eine Abtreibung bevorstehe. Warum es nicht einmal genießen? Als Sana sich weigerte, sagte sie, dass wir gerade vor einem so großen Problem stehen und dass man es genießen muss, das ist jetzt nicht der Fall. Aber als Dschihad Dschihad darauf bestand, stimmte Absana zu und diese beiden Brüder und Schwestern hatten dort Sex, während ich es genoss. Jaha holte etwas aus seiner Gesäßtasche und schlug damit mehrmals auf Absanas Kopf. Absana brach daraufhin auf der Stelle zusammen. Abbasana war gestorben und Jahan begrub Abbasanas Leiche dort und von dort kam er direkt zu seinem Haus und saß still da. Sie begannen zu leben, als wäre nichts gewesen. Als die College-Ferien vorüber waren und die Armee nicht mehr nach Hause kam, fühlten sich die Eltern gestresst. Er fing an zu fragen, Achtung, hast du die Absara gesehen? Hast du mit Absara gesprochen? Deshalb ist Absara noch nicht gekommen. Finden Sie bitte heraus, dass Absara überall im Haus durchsucht wurde, aber sie wurde nirgendwo gefunden. Langsam verging der Tag und auch die ganze Nacht verging. Absara konnte keine Spur finden, also gingen Abbasanas Eltern am nächsten Tag zur Polizei und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Als die Polizei mit den Ermittlungen begann, konnten sie keine Spur von Absana finden. Die Polizei ging zu Absanas Hochschule, erkundigte sich und stellte fest, dass sie an diesem Tag nicht zur Hochschule gekommen war. Andererseits ist Polizei gleich Polizei. Er ist allen gegenüber misstrauisch. Die Polizei ging zur Jehans Hochschule, erkundigte sich und stellte fest, dass Jehan an diesem Tag ebenfalls nicht zur Hochschule gekommen war. Dann wurde Jehan gefragt, wohin er an diesem Tag gegangen sei, und dann sagte Jehan, ich war zur Hochschule gegangen, aber ich war zurückgekommen, ich bin nicht in die Hochschule gegangen, die Polizei fragte ihn sehr streng, aber ich war immer noch nicht bereit, zusammenzubrechen. Und die Polizei hatte auch das Gefühl, dass er darin verwickelt sein könnte. Nach und nach verging viel Zeit, aber der Fall war noch nicht abgeschlossen. Dann erreichte Absaras Vater eines Tages plötzlich die Polizeistation und wollte Informationen über den Fall seiner Tochter sammeln. Daher begann die Polizei, diesen Fall zu einem neuen Zeitpunkt zu untersuchen. Und nun wurden die ältesten Social-Media-Konten der Armee durchsucht und auf den Social-Media-Konten der Ausweis gefunden, mit dem Jehan mit ihm sprach und dabei vorgab, ein Mädchen zu sein. Jehan wurde anhand seiner Ausweisadresse zurückverfolgt und es stellte sich heraus, dass dieser Ausweis von Jehan verwendet wurde und Jehan auf diese Weise über soziale Medien mit seiner Schwester sprach. Die Polizei verhaftete Jehan sofort und nach der Festnahme, als die Polizei ihn auf ihre eigene Art und Weise und streng verhörte, erzählte Jehan die ganze Geschichte. Sie erzählte es der Polizei und als sie das hörte, rutschte ihren Eltern der Boden unter den Füßen weg. Dass ihr eigener Sohn und ihre eigene Tochter solche Dinge miteinander taten und als die Schwester schwanger wurde, tötete der eigene Bruder die Schwester und begrub sie, Freunde, der Zweck des Erzählens dieser Geschichte besteht nicht darin, die Gefühle anderer zu verletzen. Es ist nicht beabsichtigt, irgendeine Art von Schönheit zu fördern. Diese Geschichte wurde als kraftvolle Botschaft erzählt, um die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen. Damit sich das Bewusstsein unter den Menschen verbreiten kann. Die Menschen können Informationen darüber erhalten, welche Arten von Verbrechen in der Gesellschaft passieren, sodass sie wachsam und vorsichtig bleiben können. So Freunde, das war unsere heutige Geschichte. Wie hat es Ihnen gefallen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren. Danke, bis morgen in einer neuen Story.